Der DAX hält sich noch stabil, schafft es aber auch nicht die 18.000 zurück zu erobern. Was das genau für heute bedeutet, das besprechen wir gleich. Und damit herzlich willkommen zu meiner DailyDAX Morgenanalyse, wo ich einen schadtechnischen Blick auf den DAX werfe, Szenarien für heute aufstelle und auch ganz konkret beschreibe, wie ich heute vorgehen werde. Bevor ich mit der Analyse starte, heute ist Live Trading Webinar bei ActiveTrades in meinem Live Trading Projekt mit 1.000 Euro zum beruflichen Börsenhandel. Das Webinar findet über GoToWebinar statt. Der Link befindet sich selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Und neben den DAX handeln wir heute auch den Dow Jones. Somit ist die Beschreibung hier nicht mehr ganz so aktuell. Das macht aber nichts. Wer meine Livestreams kennt, weiß, was es dort zu sehen gibt. Und damit würde ich sagen, starten wir mit der Analyse. Und falls du es noch nicht getan haben, solltest du auch gerne diesen Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Der DAX tendierte gestern nochmals negativ und konnte das Tagestief vom Dienstag unterschreiten, schaffte es aber nicht, die nächste wichtige Unterstützung bei 17.900 Punkte zu unterschreiten. Auch am Abend erfolgte nochmal ein Test der 17.900, aber der DAX konnte es nicht hinbekommen, die 17.900 wirklich nachhaltig zu unterschreiten. Aber auch jede Erholung scheiterte direkt an der 18.000er Marke. Somit haben wir hier eine Seitwärtsphase mit leicht stabilisierenden Charakter bzw. mit leichter interner Aufwärtsstruktur. Allerdings erst nach Kassahandelsschluss. Die US-Indizes waren ja zum Handelsschluss nochmal sehr, sehr positiv und konnte nochmal kräftig anziehen. Und der DAX hat dies nur minimal mitgemacht. Aktuell handelt der DAX knapp unterhalb der Marke von 18.000 Punkte, die dann auch für heute wichtig sein wird. Sollte der DAX es nämlich schaffen, die 18.000 rauszunehmen, sprich diese zu überwinden, dann befindet sich der DAX wieder im Erholungsmodus. Wichtig ist, dass er dies auch nachhaltig macht. Das bedeutet, nicht einfach nur raus spiken, um dann direkt wieder in sich zusammenzufallen, sondern der DAX muss sich darüber etablieren. Das bedeutet, rausziehen. Im besten Fall natürlich mit einem Anstieg der Dynamik, so wie man es jetzt zum Beispiel hier gesehen hat, dass der DAX vielleicht einmal kurz reagiert, aber dann direkt mit schöner Dynamik rauszieht. Und dass er sich dann auch über diesem Niveau etabliert. Das bedeutet, dass wir hier auch ein bisschen Handel sehen und im besten Falle dann auch mit einer Longstruktur, also mit einer Abfolge von steigenden Tiefs. Dann hätten wir als nächstes hier die 18.100. Das ist das Opening Low vom Dienstag und sollte der DAX dann weiter steigen, dann befindet er sich in der Opening Range vom Dienstag. Und typischerweise wird die zu einem gewissen Grad durchgehandelt und oberhalb vom Dienstagshoch wäre er dann auch schon wieder voll in seinem Long-Szenario. Und ich habe das dann entsprechend auch gezeichnet. Eine Möglichkeit besteht, dass er jetzt nochmal eine tiefe Korrektur macht und hier die Abfolge von steigenden Tagestiefs erstmal rausnimmt. Das hat er gemacht. Aber wenn er sich jetzt höher stabilisiert, besteht halt einfach die Möglichkeit, dass er hier den größeren Long-Aufbau macht. Das bedeutet, die typische bullische Formation, die sich gerne dann auch entsprechend an größeren Tiefs ausbildet. Aber das ist noch viel zu früh. Noch ist die 18.000 nicht überwunden, als wichtige Marke. Und sollte der DAX es nicht hinbekommen, die 18.000 zu überwinden, dann ist erst einmal wieder die Unterseite interessant. Und zwar die 17.900. Und wird diese dann unterschritten. Und vor allem ohne jetzt hier das Tagesbuch nochmal rauszunehmen. Das bedeutet, wir bekommen hier eine anhaltende Short-Struktur, beziehungsweise eine weitere Abfolge von tieferen Tageshochs. Dann ist auch die jüngste Short-Struktur noch intakt. Ich markiere hier trotzdem immer noch diese kleinen grünen Rechtecke, was so ein bisschen für die Long-Struktur spricht. Damit meine ich halt nichts anderes als dieses übergeordnete Long-Szenario, dass wir hier halt immer noch drin stehen. Ich nutze das dann immer als Reminder, in welcher Struktur, beziehungsweise in welcher übergeordneten Formation wir dann letzten Endes noch stecken. Aber nichtsdestotrotz, auf der Unterseite die 17.900 sehr wichtig. Sollte die nachhaltig unterschritten werden können. Also einmal raus, einmal Retest. Dann haben wir die 17.800 vor der Nase. Und dann sind wir erst einmal in der übergeordneten Range. Und sollte der DAX tiefer handeln, dann sind wir halt im Mega-Short. Naja, Mega-Short jetzt nicht unbedingt. Denn wir haben hier lediglich die initiale Bewegung, also den initialen Strukturbruch gesehen. Ihr kennt es vom Bild her, wenn ich das in kleinen Timeframes handel, also initialer Strukturbruch und dann aus der Korrektur heraus die Longs dann suchen. Auch im Swing-Trading-Bereich, also im DAX Swing-Trading, bin ich gestern Long eingestiegen. So wie ich es dann entsprechend auch gesagt habe. Und da sich der DAX nach wie vor noch in seiner übergeordneten Long-Struktur befindet, würde ich heute auch weiter Long aufbauen. Mit einem kleinen Aber, es kommt natürlich darauf an, wo der DAX letzten Endes eröffnet. Und ich habe den Long gestern mit Tageseröffnung reingenommen. Und sollte der DAX oberhalb von der Tageseröffnung von gestern reinkommen, dann werde ich keine neuen Long eröffnen. Weil da gilt die Regel, entweder besser oder gar nicht. Und in dem Fall würde ich dann halt oberhalb der besten Position den neuen Long reinnehmen. Und das geht dann in diesem Falle nicht. Im diskretionären Handel bin ich ein bisschen besser drin, aber auch da gilt die gleiche Regel. Sollte der DAX mit Handelsstart höher reinkommen, dann verzichte ich auf einen neuen Long, weil ich ja schon in dem Bereich Long positioniert bin. Ansonsten geht die ganze Geschichte dann über den Schnittkurs raus. Also ich habe jetzt zwischen den beiden benachbarten Long-Positionen einen Schnittkurs berechnet, inklusive Gewinnziel. Wenn dieser Bereich erreicht wird, dann gehen beide Positionen raus. Und es wird gleichzeitig eine neue Position eröffnet, um dann halt eine schlechtere Position ein Stück weit besser im Markt zu platzieren. Um dann über das weitere Positionsmanagement auch die letzte Long-Position raus zu migrieren. Ja, wo sieht man es? Hier sieht man es beispielsweise an dieser Stelle. Hier sieht man halt so ein bisschen, wie die ganze Geschichte dann halt entsprechend funktioniert über das Positionsmanagement. Ich habe es ja häufig auch schon beschrieben, ist jetzt auch nichts Neues und ist halt eine wunderbare Technik in Long-Märkten, um von Erholungen zu partizipieren, beziehungsweise dann auch immer konsequent in Rallys dabei zu sein. Ich bin vielleicht einer der wenigen, der die große Rallye seit Ende Oktober 2023 nicht verpasst hat, beziehungsweise da recht viel mitnehmen konnte auf der Long-Seite, weil ich halt einfach mit dem Markt dann mitgegangen bin. Und das ist vielleicht ein Denkanstoß, der für euch dann auch ganz ratsam ist. Euch da eher darauf zu fokussieren, mit dem Markt zu gehen und zu schauen, welche Signale liefert dann der Markt, um dann entsprechend Handelsentscheidungen zu treffen, die konform mit der aktuell vorherrschenden Richtung gehen. Das funktioniert beispielsweise im übergeordneten Timeframe. Ich schaue auf die übergeordnete Struktur und versuche da übergeordnete Szenarien abzuleiten, um daraus dann zu handeln. Aber das geht natürlich auch genauso gut. Intraday, halt einfach Intraday schauen, was ist denn gerade die vorherrschende Richtung. Das dann soviel zu den Szenarien für heute. Dann schauen wir nochmal auf den Tagesschart. Da sehen wir hier nach wie vor keine große Veränderung und hier auch immer noch das wichtige Level um 17.800 Punkte, wo wir dann auch erst einen Strukturbruch bekommen. Auf Wochenbasis haben wir dann auch immer noch die Abfolge von höheren Wochentiefs intakt. Das wird dann interessant, wo die Woche dann letzten Endes heute schließt. Schauen wir uns die US-Indizes an und hier sehen wir es. Letzten Endes die US-Indizes gut erholt. Nochmal zum Handelsschluss und handeln jetzt hier teilweise wieder hier an der Widerstandszone. Gerade der Dow dreht so ein bisschen long ein und sollte der Dow die Widerstandszone um 38.550 Punkte überwinden können, dann sind wir schon wieder mehr im Erholungsszenario und auch der Nasdaq, ja also im Prinzip identisches Bild. Wir sind noch nicht ganz in der Longschiene drin, also noch fehlt ein bisschen, aber momentan sieht es gar nicht so verkehrt aus. Wichtig ist, was die News heute bringen. Da schauen wir dann auch direkt mal drauf. Denn heute NFP-Zahlen und da wird es dann entsprechend entspannen, wie da die Zahlen reinkommen. Die dürften auf jeden Fall nochmal für ordentlich Bewegung sorgen, nachdem der FED-Zinsentscheid, also der reine Entscheid, ja gar nicht so viel gebracht hat und dann die Powell-Riedel eher dovish war, was dann die Märkte nach oben gebracht hat, dann kam wieder ein bisschen Ernüchterung und jetzt treibt es die Indizes im Zuge der US-Berichtssaison trotzdem noch weiter nach oben. Also NFP-Zahlen um 14.30 Uhr, wichtigste News für heute. Ansonsten haben wir dann noch den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen, der dann ebenfalls nochmal sehr interessant ist. Somit gibt es für mich heute sehr wahrscheinlich dann auch nicht allzu viel zu tun. Also sollte sich der DAX jetzt zum Handelsstart noch weiter erholen, dann habe ich halt einfach nichts zu tun, muss ich erst einmal abwarten, wie sich der DAX dann weiterentwickelt. Eine neue Position würde ich nicht reinnehmen. Kommt der DAX tiefer rein, dann eröffne ich strikt eine Long-Position. Im systematischen Handel, im diskretionären Handel, würde ich dann mal schauen, würde ich denn doch eher darauf verzichten und den Markt erst einmal machen lassen, bis hier neue Situationen geschaffen werden. Das war es dann mit dieser kleinen DAX-Morgen-Analyse. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen, abonnieren nicht vergessen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr nachher um 9.30 Uhr bei ActiveTrades einschaltet und dann live beim Trading im DAX und Dow Jones dabei seid. Ich wünsche euch einen hervorragenden Handelstag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.